Einen wunderschönen guten Tag bei Sons of the Forest. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und wir sind mittlerweile auch, ich weiß, es ist ein paar Tage her, im neuen Update. Aber ich hatte halt zu viele Folgen im Voraus. Auf jeden Fall kamen ja jetzt neue dazu. Ich habe eben gerade schon geguckt. Hier zurück die Elektronik. Also man kann jetzt wohl Solarpanels und sowas machen. Irgendwo hier waren die. Wo man die Sachen findet, weiß noch nicht so ganz genau. Wenn ich richtig aufgepasst habe in den Patchnotes, ist das in dem einen Bunker, wo auch das Windelstudio drin ist. Zumindest die Solarpanels. Glühbirne und so Kram, das kann man dann halt später auf die Dächer machen. Dann haben wir auch elektrisches Licht in der Bude. Das kam irgendwie wie eine Art Motorrad, so ein Einrad. Ich glaube, Night 5 heißt das Ding. Irgendwo soll man denn jetzt finden können, wo man durch die Gingpesen kann. Jo, das werden wir noch finden. Ich sehe gerade, wir haben da Besuch. Mal kurz hin. Ist das ein Dämon? Das sind Dämonen, ne? Warte mal. Wir haben Dämonenbesuch, oder? Weiche! Jo, das sind Dämonen. Okay, jetzt haben wir die auch draußen rumlaufen. Freut mich. Sehr schön. Weiche! Weiche! Ich habe gesagt, weiche. Weiche von mir! Ah, schön. Herrlich. Klasse. Wir haben Dämonen bei uns. Da ist auch noch einer. So, man kann jetzt, glaube ich, auch eine Rüstungsständer bauen. Oder Vogelscheuche, eines von beiden. Muss ich gleich nochmal googeln. Zumindest habe ich es gelesen. Aber wir müssen eh nochmal ins Fitnessstudio. Ich habe da was ganz Wichtiges vergessen. Beim letzten Mal. Ich wusste, dass es da war. Aber irgendwie habe ich nicht mehr daran gedacht, wo ich da war. Und zwar gibt es da noch zwei Klamotten. Einmal für Calvin und für Virginia. Wir sind voll. Das ist nicht gut. Und irgendwie fehlt da auch ein Stück Rüstung bei uns, ne? Mittendrin irgendwie. Frag mich nicht, warum hier jetzt ein Stück Rüstung fehlt. Okay. Wollen wir mal kurz googeln. Scheint gerade irgendwie was packig zu sein. Es fehlt ein Stück Rüstung mittendrin. Neun Stück haben wir gut einkümmern und auseinanderflütschen hier. Meine Dämonen sind ja einfach zu besiegen. Ne? Na, Calvin? Ich habe jetzt auch kein Holz besucht. Ich habe doch einfach nicht die Zeit gehabt. Also, ich nehme jetzt gerade hier am Ostermontagmorgen auf. Steck doch mal weg das Kreuz. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern. Gut. Wir werden jetzt wieder so gleich erstmal. Es müsste jetzt gleich dunkel werden. Einmal kurz so rüberflitzen zu unserem Bunker. Ich will da jetzt nicht komplett durch. Den haben wir ja auch schon durch. Ich will die beiden Klamotten holen. Dann sehen wir ja auch gleich, ob da wirklich... Das Elektrozeug sinkt. Ich meine, wir werden das Elektrozeug sowieso jetzt nicht sofort bauen. Das machen wir erst, wenn wir das Dach oben drauf haben. Da sollen mich die Solarpanels rauf. Und in der Zwischenzeit gucken wir einmal nach der Vogelscheuche. Ich glaube, das war aber hier... Ne, Vogelscheuche nicht. Rüstungsdänder meine ich. Möbel. Das hatten wir alles vorher schon. Stammlager. Rüstungsdänder. Da ist er. So teuer ist der gar nicht. Dann können wir vielleicht mal ein bisschen Rüstung hier hinlassen. Dann können wir auch mal neue mitnehmen, ne? Guck mal, das könnte man eigentlich als Deko schön in würdiges Zimmer stellen. Hier direkt vor das Fenster. Dann sieht das so aus, als wenn immer jemand anwesend ist. Dann passt das auch. So. Ammerstöcke einstecken. Jo. Wahrscheinlich nicht genug. Genau, ein Stock zu wenig. Okay, das haben wir gleich. So, wir könnten sowieso mal wieder ein paar mitnehmen. Brauchen wir ja auch für unser Zelt unterwegs. Denn passt das schon? Hau rein. Wunderbar. Und da können wir jetzt die Rüstung drauf machen. Hoffe ich. Dann haben wir mal wieder ein bisschen Platz. Ja. Hm, wie viel kriegen wir denn rauf? Genau zehn Stück. Sieht so aus, ne? Jo. Gut, Knochenrüstung. Das war, glaube ich, die wir vorhin hatten. Die hat er wieder ausgezogen. Ja, gut. Ob das lecker aussieht, kann ich nicht behaupten. Aber sieht immer so aus, als wenn jemand zu Hause ist, ne? Das ist so klar. Gut, dann kriegen wir zumindest wieder frische Rüstung mit. Liegen die vielleicht noch da? Nee, ne? Nee, nee, aber da ist schon wieder Neue. Ich brauche nur einmal das Kreuz. Alles klar. Komm, Freunde, kommt. Wir haben nochmal Dämonen in Besuch. Weiche. Ich hab gesagt, weiche. Und nochmal weiche. Und zwar sofort. In nomine Patria. Weiche. Genau. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir Dämonen draußen rumlaufen haben, ne? So, dann haben wir gleich wieder eine Ersatzrüstung. Sehr schön. Da sind Virchie und Kevin. Apropos Virchie. Hast du noch deine Waffen? Oh, erstmal gibt's... Dankeschön. Jo, hat sie noch. Sehr schön. Ja, manchmal gibt's ja auch den Bug. Zumindest über einigen, dass man die Waffen immer wieder kriegt, ne? Ich... Das hatte ich, glaube ich, ein einziges Mal bisher jetzt. Öfter ist noch nicht. Und was wir auch noch machen wollen, ist auf jeden Fall eine Seilerutsche einmal da hoch. Es wird hier sowohl gleich dunkel, Wodema, damit wir unser Holz gleich da hoch schicken können. Dann haben wir nicht mehr das Problem. Sollen wir alles hochbringen müssen. Ey, Wodema. Das ist ja eh richtig. Hier soll ja später quasi... Das, da brauchen wir zu. Habe ich mich hier so entschlossen. Warte mal, hier müsste das hin, ne? Ja, ja. Hier müsste es hin. Dann kommt man hier hoch, kann man hier hinterher vorbeilaufen. So. Aber. Hier werden wir erstmal zumachen. Auch wenn hier später eine Tür rein soll. Hier machen wir dann erstmal die Seilerutsche rein. Dann können wir uns gleich direkt hoch schicken. Denk ich mal, dass das so ganz gut klappen wird. Zack, zock. Ich denke mal auch, dass der Winter nicht mal allzu lange funktionieren wird. Oder sein wird besser gesagt. Das klingt ein bisschen doof. Nee. Du sollst hier noch nicht hin. Erst später. So. Hier kommt dann erstmal die Seilerutsche rein. Und das sollte natürlich später hier hinten weitergehen. Damit uns das Holz nicht alles wegflutscht. Wir gehen jetzt aber gleich erstmal einmal kurz rüber. Holen uns die beiden Klamotten. Und gucken, ob wir da... ... was so Latt zurück haben. So, äh, ja. Packen wir mal da oben rein. Das ist nur damit das Holz, wenn es hier ankommt. Naja, das wird wahrscheinlich hier landen. Aber es muss ja nicht sein, dass es hier hinten wieder runterrutscht, ne? Das muss nur Bombes, den Willen nicht sein. Zack, zock. Sehr, sehr schön. So, den poppen wir mal rein. Den nochmal rein. Wie viel fehlen noch? Drei, ne? Kriegen wir hin. Es wird bloß gerade dunkel. Zack. Haben wir hier noch irgendwo Holz? Irgendwas? Ja, ja. Ehrlich gesagt, vier haben wir aktuell nicht. Aber das ist alles kein Problem. Das kriegen wir schon hin. Einer noch. Wir gehen jetzt, glaube ich, erstmal slurfen. Und den Maschinen werden mal kurz los vorher. Aber kurz nochmal essen und trinken. Wie gesagt, wir werden jetzt nicht die ganze Folge in einem Bunker verbringen. Ich will da nur die Klamotten holen. Sehr schön. Hier, wir können doch eigentlich... Geh doch mal wieder rein. Ich sehe nichts. Wir schlafen mal mit Virgi im Bett. So. Na. Sehr schön, sehr schön. Ja, du bist durstig. Ich weiß, ich weiß. Kannst du da schon trinken, mein Freund? Musst du doch eigentlich gleich hier vorne sein. Wieder Dämonen. Nein, diesmal nicht. Das wundert mich wirklich. Bis jetzt nie gehabt. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass wir in der Goldhöhle waren. Dass die draußen rumlaufen. Irgendwie ist das aber auch cool. Hat irgendwie was. So. Essenmäßig. Mal kurz gucken. Die zwei sind verrottet. Die können wir brutzeln. Alles kein Problem. Das wird schon. So. Und hier in den Trockenstellen hängen sowieso nur frische Sachen, ne? Ah, da würde ich schon fast sagen, wir brutzeln erstmal die verrotteten Sachen. Na Virgi. Vielen Dank. Du kriegst bald bessere Klamotten. Du kriegst sie bald. So, den Eimer zum Feuerchen. Haben wir das noch hier? Ne, das war verbraucht, ne? Das macht nix. Das macht nix. Ihr habt mir ja auch geschrieben. Das eine Mal, wo ich kein Feuerholz mal reingekriegt hab. Weil nur noch ein Stock drin war. Ich hätte quasi nochmal einen dazulegen müssen. Denn wer ist wo gegangen? Mit Feuerholz nachlegen. Werde ich das nächste Mal definitiv drauf achten. Hier könnte ich sowieso. Machen wir was später. Weil ich hab aktuell kein Feuerholz. Hier soll ja sowieso ein richtiges Feuer hätten. So ist es nicht. So, dann kann das hier erstmal brutzeln. Den steckst du weg. Und zwar, wo wir gleich hinwollen, ist hier. Das ist ganz bonzene Nähe. Der leuchtende Punkt hier oben. Da ist das Fitnessstudio drin. Da müssen wir noch einmal rinnen. Das kriegen wir aber hin. Wir brauchen nochmal ein paar Eingeborene. Für ein paar Köpfchen. Auch das kriegen wir hin. Alles kein Problem. Unser Wächter steht hier auch schon. Ich glaub, die stellen wir uns jedes Fenster später. Mal Rüstung sammeln wir sowieso in Massen. So, die ist gut, die ist gut. Dann können wir auch gleich essen. Sonst gammelt es also eh wieder weg. Sehr schön. Doch nochmal rinnen. Ein Träumchen. Na, Kevin? So, und ich würde sagen, wir marschieren doch einmal kurz hin. Damit wir doch hinter uns herum. Das ist ja gleich hier vor, nicht? Haben wir irgendwo Besuch? Ne, ne? Hier was drin? Hab mal weg, mein Freund. Da ist tatsächlich was drin. Okay, das nehmen wir mal mit. So, Virgi, hier ist noch Essen für dich. Bedien dich. Bitte. Kein Hunger? Ne, 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 ne. Ich komm jetzt nicht mit. Das kannst du knicken. Ich hab keine Zeit. Wir gehen jetzt erstmal in die Richtung. Und guck mal. Jo, ich sag doch, wir sind nicht mehr lange im Winter. Da taut der Schnee. Okay. Dann gehen wir wieder Richtung Frühling. Das war schön. Alles ist klar. Wir gehen jetzt trotzdem einmal kurz darüber. So, wir sind drinnen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Genau, hier war es. Keine Sorgen. Ich wusste nicht mehr, wie lange die Höhle war. Und wenn wir Glück haben, ist hier jetzt... Ja, guck, hier soll das nicht sein. Dachte ich mir. So hatte ich es nämlich gelesen. Zumindest in Solarpendels. Alles klar. Aber das werden wir auch noch nicht jetzt machen. Können die Glühbirnen liegen auch hier? Das sind sehr schön. Das wusste ich nicht. Druckerzeuges Key. Draht haben wir. Gut, Draht haben wir ja eh in Massen, ne? Noch mehr Druckerzeuges Draht. Klebeband, Klebeband. Batterien sind immer gut. Da liegen nochmal Batterien. Sehr schön. Ich will mir jetzt eigentlich gar nichts drucken. Wir haben genug Pfeile. Die kriegen wir auch nicht mehr mit. Nö. So, dann stecken wir auch weg die Glühbirnen. Deswegen bin ich jetzt aber nicht hier. Das machen wir definitiv. Wenn es denn soweit ist. Wir wollen definitiv jetzt einmal kurz die Klamotten holen. Immerhin soll ein anständiges Dach rauf später. Dafür müssen wir aber erstmal die Stockwerke fähig. Ich stecke die hier gerade fest. Umid. Tür ist sogar noch offen. Aber wie gesagt, wir waren hier ja schon. War das hier schon immer so dunkel? Give me more die Taschenlämpe. Ich war der Meinung, dass es hier mal heller war. Aber gut. Wir müssen auch nicht weiter rein. Wenn ich noch richtig im Kopf habe, war das weiter hier vorne. Oh, warte mal. Oh, da haben wir gleich. Äh, hier. Ähm. Nö, nö, nö. Das war schon richtig. Hier. Wir stellen es gleich wieder runter. Ich sehe hier absolut gar nichts. Verdammte Nachtblindheit. Ich vermute mich mal, dass die guten Muton wieder da sind, du. Sind sie nett? Sind sie nett, wie es aussieht? Hier, ich habe mit den guten Jungs jetzt hier gerechnet. So, irgendwo hier muss es nicht sein. Ich hatte das damals in Swim gefunden. Ich hatte mir das absolut nicht mehr dran gedacht. Irgendwo hier, meine ich. Kann auch eine andere Seite gewesen sein. Lag es. Ah, das ist eine Energy-Dose. Die suche ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo hier lagen die aber, meine ich. Und zwar war das so ein komischer Trainingsanzug für Virginia. Da, da siehst du. Da ist er doch. Dann hatten wir mich komplett vergessen. So, und hier vorne war noch ein Schlafanzug für Kelvin. Oder für die Virginia. Einer von beiden war der jedenfalls. Mich wundert es, dass die Viecher hier kein Respawn haben. Aber gut. So, dann haben wir die zwei Sachen. Mehr wollte ich hier so aktuell gar nicht, ehrlich gesagt. Aber wir sind hier ja schon durch. Wir müssen hier auch nicht mehr durch. Wir gehen jetzt wieder raus. Ein Träumchen. Oh, es ist ja Blödsinn, zweimal in den gleichen Bunker zu laufen. Ja, das ist ja wirklich Blödsinn. Ist ja noch irgendwas zum Einsammeln oder so. Nö, ne? Ah, Blümchen. Oh, Mann, das ist doch gut. Mal ansonsten. Das ist deine. Können wir nicht mehr nehmen. Die haben wir gerade voll. Okay. Dann gehen wir wieder raus. Mehr wollen wir hier überhaupt nicht. So, warte mal. Jetzt stellen wir mal kurz die Helligkeit wieder nochmal ein. Das ist sonst völlig überblendet. Sehr schön. Tauschenlamme kann uns wegstecken, mein Freund. Oder auch nicht. Ah, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu dunkel für euch. Ich will ja nur raus. Ah, gut, wir nehmen nochmal Tauschenlamme. Man sieht ja nichts. Mann sieht ja nicht, wo man hinläuft. So, raus hier. Definitiv. Mehr wollte ich nicht. Haben wir einfach nur vergessen beim letzten Mal. Wir müssen jetzt erstmal bei uns bei der Bude weiter machen. wo das Einrad, das Night 5 zu finden ist. Weiß ich nicht. Aber das werden wir schon erfinden. Nächstes Tor. Nächstes Tor. Okay. Vielleicht sind aber auch die Mutanten. Ich weiß es nicht. Ist das so? Ich meine, wir haben ja überall die Hüllen geöffnet. Vielleicht sind keine mehr drin, weil sie jetzt alle draußen sind oder so. Ist das vielleicht möglich? Kann alles passieren, ne? Wir maschinen jetzt mal kurz nach Hause und machen da erstmal weiter, damit wir unsere schöne Luxusbute fertig kriegen. Und du, Kevin, mein Freund. Warte mal kurz. Ich weiß, ich weiß. Das wird dir nicht passen, mein Freund. Du siehst damit auch nicht gerade hübsch aus. Aber du kriegst es trotzdem. Wir wollen ja alles zeigen, ne? Jo, Kevin. Guter Mann. Schick, schick. Damit läufst du jetzt mindestens ein paar Folgen rum. So, wir maschinen jetzt trotzdem aus. So, Virginia ist noch zu Hause, wie es aussieht laut Minimap. Sie ist inzwischen auch aufgetaut. Ja, da ist sie doch. Guck mal, haben wir für dich auch neue Klamotten? Die kriegst du natürlich auch. Bitte sehr. Finde ich sogar persönlich. Ups. Steht dir am besten. Finde ich. Ist ja mal alles Geschmackssache. Eure Tränen ist an so. Naja, bis auf das kaputte Bein. Aber das ist nicht halt eine tote Sache, wenn man drei Beine hat. Sieht ist doch sehr gut aus. Gut. Wir werden jetzt... Mal kurz gucken, wie ich es am besten mache. Am besten von hier, dass wir das Holz da gleich hochschicken können. Will ich da jetzt die Seilerutsche hoch? Können wir die von da nach da? Müsste gehen, ne? Wir probieren es mal. Wo ist das gute Säulegewehr? Da. Ist es geladen? Nein. So, wenn wir von hier... Da oben hoch geht das? Müsste, ne? Wir kommen von hier an. Jo. Geid. Geid. Sollen wir noch Holzlinge? Ja, ja. Gut, zwei. Zum Testen. Ob das auch wirklich oben landet und nicht runterfällt. Ah, das fällt ins Treppenhaus, oder? Na, geht, ne? Geid. Ich meine, wenn wir den hier voll haben, dann brauchen wir nicht alles hochschlepen. Ich weiß, das ist schon ein Zeichen von Faulheit. Aber ein bisschen was schaffen muss man ja auch, ne? Ich weiß aber auch noch nicht genau, wie wir es mit der Treppe machen. Ich habe nur gelesen, dass es jetzt so wieder möglich ist, Treppen an die Wand zu bauen. Die können sich auch nicht entscheiden. Deswegen bin ich ja überlegen. Ich meine, das Ganze wird ja eh drei breit. Hier soll ja noch ein Stockwerk rauf. Na, Kevin, mein Freund. Komm, wir haben hier ja den Gang, dass wir quasi hier neben direkt die Treppe nach oben bauen. Das soll ja jetzt gehen an die Wand. Aber wir brauchen erstmal Holz. Wir müssen einmal rüber auf die andere Säule. Kevin, mein schlüpfriger Freund. Komm mit. Fallen die Schuhe. So, folge mir. Du kommst jetzt bitte einmal mit. Genau. Ich glaube, er läuft, aber er müsste kommen. Vielleicht kriegen wir hier auch wieder ein bisschen Dämonenbesuch. Schlecht wäre es ja nicht, ne? Wie sieht es hier mit den Vollen aus? Da ist nichts drin. Auch nichts drin. Hier ist nichts drin. Ja, ich glaube, ihr habt recht, dass die Fallen zu weit wegstehen von der Base. Dass hier jetzt nichts reinkommt. Möglich ist es zumindest. So, Kevin, warte mal kurz. Lass mich mal einen einzigen Baum fällen. Damit du weißt, was du zu tun hast. Äh, warte mal. Wir nehmen mal den da. Nicht da auf. Ne, ne, da, genau. Nicht auf die Sache rutsche. Nein, Kevin, nicht in die Achse laufen. So, komm mit, Kevin. Hier zu den Holzständern. Genau, genau. So, rab an, du Klappstuhl. Genau. Du jetzt, hole Stämme und Behälter füllen. Du bist ein guter Mann. Du bist ein Träumchen, mein Freund. So, den mach du mal. Ich hoffe, er tut hier auch arbeiten. Und wir werden natürlich weiterhin noch ein paar Bäume holen. In der Zwischenzeit kann er mich ein bisschen fällen hier. Dann geht es schneller. So, Kevin, heute hat das Ganze hier voll gemacht. Sehr schön. Den Rest habe ich rübergeschickt. Ein Sturm liegt hier noch. Den nehmen wir jetzt mit. Und dann können wir drüben noch ein bisschen was machen. Ich möchte jetzt gehen als erstes einmal kurz. Lass mir eine Treppe probieren. Ich habe halt nur gelesen in der Patch Notes, dass es jetzt so geht. Aber ob das wirklich stimmt? Ich habe es nicht ausprobiert. Ohne euch mache ich hier gar nichts. So, ein bisschen ist hier reingeflogen. Alles kein Problem. Dann schicken wir auch gleich wieder mal ein bisschen hoch. Lass mich doch mal ran, Mensch. Die Seilrutsche liegt. Sitz hier suboptimal. Aber gut. So, den noch mal. Und den noch mal. Sehr schön. Das sollte reichen, um die Treppe zu testen. Kevin kann eigentlich mal. Der müsste gleich auftauchen. Ja, hier einräumen. Ich will nur kurz. Wir haben das eine Stück Fleisch aus der Falle. Und Virginia hat eben noch ein Eichhörnchen gebracht. Hier anhängen. Der Pastor hat schon. Der Käppenschlaf hat es hoch. Kommst du jetzt? Ah, wird er wohl gleich machen. Ähm, äh, äh, Dunkel? Äh, Dunkel? So, ich mache das hier noch einmal kurz zu. Und dann können wir das mit der Treppe hier testen. Zuck und zuck. Sehr schön. Und dann machen wir den mal direkt hier neben. Ich glaube, das wird passen. Du, sei ja. Hallo, mein Freund. Ich habe was zu tun für dich. Du, mach ihn hier einmal kurz aufräumen. Stimme. So, Behälter. Bitte. Bitte, bitte. Du bist ein guter Mann. Und meine Nase ist schon wieder zu. Tut mir leid für den Klang. Bip, bip. So, ich glaube, vier Stück brauchen wir schon oben. Bip, so. Und, bip. Ich meine, ich habe jetzt nicht allzu viel rübergeschickt. Das ist ja jetzt auch nur ein Biesle, damit wir hier was tun können. Ist das gerade runtergefallen? Nö. Hörte sich gerade so an. Geh mal her hier. Oh, wir kriegen Gewitter. So, es soll wohl jetzt möglich sein, um hier eine schräge Handbaut direkt an die Wand zu bauen. Laut Pitch Notes. Wir werden es ausprobieren. Nee, 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 genau. Und hier jetzt eine Treppe ran. Das soll wohl jetzt möglich sein. Ähm, geh mal her. Ich glaube, der wird hier auch hin müssen. Was werden wir sehen? Ah, scheint zu gehen. Also, dass man das jetzt direkt an die Wand baut. Das habe ich nämlich gelesen. Das ist gut, dass ich das jetzt eingebaut habe. Jetzt braucht man mich nur noch auf einer Seite ins Schrägen. So kann man die Treppen auch in so Passa sorgen. Kommt man hier hoch, kann hier gleich weitergehen. Ich meine, hier kommt ja auch noch ein Stück Wand hin. Dann kommt man hier rum, da hin und da rein. Das wird schon passen, so. Äh, Pitchi? Danke. Du musst schon Platz machen, du. Sonst komm ich nicht durch. Zack, zock. Und Calvin haben sie wohl jetzt auch so weit repariert. Ich habe es jetzt aber nicht ausprobiert. Sonst war das ja immer so, wenn man selber die Behälter gefüllt hat, während er dabei war, hat er einfach immer weiter Holz hingeschmissen. Jetzt hört er wohl auf damit, wenn man selber auffüllt, sobald die Dinger voll sind. Wäre zumindest ein Träumchen. Sehr schön. Muss hier unten noch einen halten? Nö, ne? Nö, aber hier oben. Okay. Ah, bis fertig, mein Freund. Ja, passt schon. Du sollst auch keine Bäume füllen. Du solltest nur noch das Weg geräumen, was hier rum liegt. Denn passt doch alles. Unsere Fischfallen sollten jetzt auch wieder funktionieren. Ähm, ähm, zock. Jo. Und was jetzt auch wieder gehen, sollte hier ein Balken, ne? Ja. Geht auch. Jetzt kümmern wir uns aber erstmal darum, dass es einer müsste hier noch hin. Ja, hier muss ich mich vorbeigehen. Jo. Mann, das sieht hier ein bisschen merkwürdig aus, aber passt schon. Ob wir da jetzt einen langskriegen? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Wir probieren es einfach. Schick nochmal ein bisschen was hoch. Bipp, bipp. Ja, Virgie, du stehst hier sehr gut. Ich hoffe, er holt das da oben jetzt nicht wieder runter. Man weiß ja nie bei dem Guten, ne? Ähm, geh mal her, geh mal her. Lass mich mal hoch. So, geh. Ähm, Moment. Äh, wo war denn mal? Äh, genau. Hier müsste denn der Nächste hin? Jo. Hier müsste der Nächste hin. So, zack. Wir probieren es hier einmal, ob wir da jetzt einen langkriegen. Okay, das geht immer noch nicht. Ne. Wir könnten da jetzt einer hinmachen, aber ne, ne, das lassen wir jetzt. Alles gut. Mehr wollte ich nicht ausprobieren. Das passt schon so. Dann würde hier noch einer hinkommen. Jetzt müssen wir das hier eigentlich nur noch zumachen. So, das hier werde ich jetzt auch zumachen. Es sieht einfach verboten aus. Zock. Und hier noch einen hin. Machen wir hier einfach Boden mit rüber. Der passt halt schon. Damit wir endlich mal eine schicke Bude kriegen. Jo. Wird schon. Wird schon. Bip, bip, bip. Ich meine, das mit der Seilrutsche wird eh gleich nicht mehr funktionieren, sobald wir da oben zugebaut haben. Aber ich dachte, das spart mir zumindest ein bisschen Arbeit. Nein, ich wollte doch nicht mehr da hoch. Mensch, jetzt habe ich einmal zu viel geklickt. Machen wir erstmal dort hier. So, einmal so rin. Sehr schön. So rin. Geh von daher hier. Den Eumatoren. Und den hier. So, jetzt müssen wir den guten Eumatoren. Nehmen wir auch die Achse in die Hand. Zack, zock. Dann haben wir es hier zu. Dann haben wir hier oben halt einen etwas größeren Balkon. Ist ja auch nicht verkehrt. Können wir Pflanzbeete und sowas hinstellen. Ja, und hier muss halt zu, ne? Hier muss halt zu. Das war unten, glaube ich, auch so, ne? Dass es direkt vor der Treppe ist. Ja. Sitz richtig. So, und den da hin. Und Träumchen, so eher zock. Schick hoch. So, die nehmen wir natürlich auch mit. Ach, wir bauen hier schon eine schöne Bude. So ist das nett. Schön mit Glühbirnen und sowas näher drin, dass wir anständig Licht haben. Ich hoffe zumindest, dass sie anständig Licht machen. Ich finde, ehrlich gesagt, die Fackeln und so sieht zwar atmosphärisch ganz schick aus, machen aber viel zu wenig Licht, meiner Meinung nach. Die Fackeln bringen gefühlt gar nichts. Calvin? Hörst du auf, mein Holz da wieder runterzuholen? Okay, das ist Calvin, ne? Das ist Calvin. Was ist denn das hier? Komm mal durch hier. So, danke. Ich glaube, das hier hochzuschicken, war nicht die beste Idee. So, du noch mal. Nimm mit, nimm mit. Jo, den hätten wir doch hier nämlich rundherum. Nimm den noch mal mit. So, wir werden das hier sowieso komplett zumachen. Das dürfte jetzt nicht funktionieren, aber hier müsste definitiv ein Balken hin. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt eine rüberkriegen. Das werden wir sehen. Entschuldigung. Nein, das geht immer noch nicht, aber es ist kein Weltuntergang. Äh, hier geht auch nicht. Nein. Hier wird gehen? Das ist schon mal was. So, da muss ich mal gut gehen. Ich meine, hier kommen ja wieder Balken heraus. So ist das nicht. Wir machen das hier ein bisschen schräg. Das hier könnten wir zubauen. Das sieht besser aus beim Hochkommen. Ja. So, Kevin. Wie viele Balken hast du mir geklaut? Oh, vier Stück, du. Vier Stück hat er mir gemobst. Okay. Nimm wir sie jetzt mal einzeln hoch. So, hier, warum auch immer, kriegen wir hier keine hin. Aber gut, ist jetzt auch kein Weltuntergang. Ah, ist schon okay. Hier ist schon okay. Hier müsste auch. Wegen Dach. Aber das wird schon. Ich glaube, wir haben auch Besuch. Hört sich zumindest gerade danach an. Ja, ja, wir haben auch Besuch. Wir haben auch eindeutig Besuch. Jo. Guck mal. Knochen. Sehr schön. Der ist gerade gestorben. Danke fürs Portemonnaie. Hallo, Coilie, my friend. Jö. Okay, Coilie hat sich erledigt. Bamm. Noch ein Portemonnaie. Oder Beutel. Nicht, diese Portemonnaie ist. Das Portemonnaie ist furchtbar. So, Coilie hat doch bestimmt auch einen Beutel, oder? Hier füllt schon wieder was. Die Jungs kommen gleich aus Feuer. Dankeschön. Coilie geht natürlich nicht, was eigentlich schade ist. Au. Pass auf, wo du hinlatscht. Jut, Juts. Ich brauche noch Knochen. Okay, wir gehen nochmal durch hier. Ja, machen wir gleich. Pack doch, Mordi. Spiel weg. Man sieht gerade ein bisschen schlecht, aufgrund von Regen. Hier war noch ein zweiter, ne? Jupp, dich nehmen wir auch mit. Wir brauchen die Köbbe. So, warte mal. Ich bräuchte ein Holz. Wir haben natürlich nichts mehr. Genau genommen. Den kann ich da jetzt nicht rausnehmen. Ich kann ja nix wo Holz rausnehmen, ne? Aktuell. Ja, komm, den packen wir gleich wieder rein. Ich bräuchte nämlich ein Feuerholz. Nimm doch mal genau die Achse in die Hand. So, ein halberer reicht voll und ganz. Den packen wir denn auch immer. Äh. Hier ist doof. Hier kommt ja die Wand. Aber hier ist gut. Hierin. So, und den spalten wir einmal. Und machen daraus auch immer Feuerholz. Zock und zock. Nicht die Spornin. Nicht die Spornin. So, wo wurde? Hier. Den hauen wir hier erstmal nochmal ein Ass drauf. Ja, anzünden kannst du das auch. Aber ich wollte noch Steine rummachen. Dann machen wir gleich ein richtiges Feuer draus. Und mal Steine rum. Und dann packen wir auch dort Feuerholz rein. Sehr schön. So, zack. Sehr schön. Den geben wir her, die Leute. Wir brauchen die Köbi. So, Kevin. Bitte fang dich gleich mit Feuer. Weil du da gerade so sitzt. Man weiß ja nie bei ihm, ne? Nimm den Ost mal weg, Mensch. Gut, die brennen schön von sich hin. Wie wir es wollen. Nacht wird es anscheinend auch schon wieder. Ja. Ist gleich dunkel. Ich meine, die Dinger machen auch nicht viel Licht. Allgemein macht hier alles im Spiel viel zu wenig Licht. Aber ich glaube, das ist bergendsiedig. So, fürbrennt mal schneller, man, eurer Turbo-Diät. Danke. So, ich brauche heute den zweiten Schädel. Hier. Platsch weg. Danke. Wo ist dein Schädel? So, kein Schädeldinger lassen, oder was? Echt nicht? Wo ist denn sein Schädel geblieben? Der hatte doch noch sein Schädel, wo ich ihn verbrannt habe. Alles nur normale Knochen. Ich sehe hier kein Schädel. Hey, wir brauchen einen Schädel. Also sowas. Man verbrennt zwei Leute und kriegt keinen Schädel. Oder nur einen. Hey, wann hast du den Kopf gegessen? Oder du, Virgi? Man weiß ja nie, ne? Das ist nicht nett von euch. Das ist absolut nicht nett. Na, man weiß ja nie, ne? Wir gehen mal kurz schlafen. Wenn wir schon mal gerade hier stehen. Sehr schön. So, gucken wir nochmal. Vielleicht ist er irgendwie weggepackt oder so. Vielleicht liegt er ja auch draußen. Vorkommen kann alles. Aber ich glaube nicht, ne? Nö, nö, nö. Oh, lies Klo. Aber den Kuppel voran. So ist es nicht. Es werden auch noch öfters Eingeborene auftauchen. Und ich werde mal darauf achten, wenn das hier weggebrannt ist, ob wir nochmal Feuerholz nachlegen können. Ich kann mir das nochmal testen. Mal, wie es aussieht. Ist es schon weggebrannt? Warte mal. Weil wir haben ja noch ein Stück liegen, ne? Und einmal hätte gereicht, aber einfach nur mal zum Testen. Jo, tatsächlich. Man muss eigentlich nur darauf achten, dass genug Stöcker drin sind. Dann kann man es auch jederzeit wieder nachlegen. Das ist schon cool. Alles klar. Gut, das sind wir heute am Ende. Wir werden noch mehr Eingeborene kriegen. Wir brauchen noch sechs Stück insgesamt für die Lampe hier. Die soll aber allerdings rüber in den anderen Raum. Die soll noch ein bisschen mittiger, sehe ich gerade. Kann man die umstellen? Ja. Das ist immer noch nicht mittig, ne? Nein, 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 nein. So geht das nicht? Ich muss ein bisschen so ungefähr. Ja, naja. Ich hänge hier fest. So, warte mal. Mittig ist es immer noch nicht, aber schon mal besser als vorher. Gut, kriegen wir hin. Denn, vielen Dank für's Zuschauen. Bis morgen. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020